Herzlich willkommen zu Angelesen, das Buchjournal des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr. Heute stellen wir das Buch von Thorsten Dietrich und Rüdiger Wenske, Die getarnte Armee, Geschichte der kasernierten Volkspolizei der DDR 1952 bis 1956 vor. Das Buch erschien im Jahr 2003 im CH Links Verlag in Berlin. Die kasernierte Volkspolizei der DDR war eine ab 1948 verdeckt und völkerrechtswidrig aufgebaute militärische Organisation. Aus ihr ging später die Nationale Volksarmee der DDR hervor. Die sowjetische Besatzungsmacht schuf unter dem Deckmantel des Aufbaus einer Polizeitruppe eine voll ausgestattete Armee mit drei Teilstreitkräften, Heer, Luftwaffe und Marine. Die hohe Besoldung ihrer Angehörigen und der gleichzeitige Vorrang ideologischer Gesinnung vor fachlichen Fähigkeiten führten zum Aufbau einer politisch zuverlässigen Streitmacht. Allerdings erwies sich die kasernierte Volkspolizei als weitgehend unfähig, die Staatsmacht und die innere Ordnung der DDR während des Aufstands im Jahr 1953 zu schützen. Frühe deutsche Wiederbewaffnung in der sowjetisch besetzten Zone Nach der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht im Mai 1945 teilten die Alliierten Deutschland in vier Besatzungszonen auf. Die UdSSR erhielt das Gebiet der späteren DDR. Die Siegermächte einigten sich unter anderem auf eine vollständige Demilitarisierung des deutschen Staatsgebiets. Erste konkrete Überlegungen zu einer deutschen Wiederbewaffnung erfolgten in den westlichen Besatzungszonen erst im Jahr 1950 nach der Gründung der Bundesrepublik. In der sowjetisch besetzten Zone Deutschlands hingegen begann die geheime Aufstellung militärisch bewaffneter kasernierter Verbände bereits im Jahr 1948. Diese Truppen bildeten den Grundstock für die spätere Wehrausrichtung der gesamten Gesellschaft der DDR. Der Militarisierungsgrad der ostdeutschen Bevölkerung übertraf später, sieht man einmal von Nordkorea ab, jeden anderen Staat der Welt. Nicht zufällig fiel die ostdeutsche Wiederbewaffnung auch mit dem ersten Konflikt des Kalten Krieges in Mitteleuropa, der Berlinkrise und der Alliierten Luftbrücke zusammen. Die UdSSR brach mit diesem Schritt das geltende Abkommen mit den westlichen Alliierten über die Demilitarisierung Deutschlands. Darüber hinaus erfolgte die Aufstellung dieser Verbände noch vor der Gründung der beiden deutschen Staaten und damit ohne jede völkerrechtliche Grundlage. Die Aufgaben der kasernierten Polizeitruppen Im Unterschied zum 1951 gegründeten westdeutschen Bundesgrenzschutz erfolgte die Aufstellung dieser rund 10.000 Mann starken Verbände von Beginn an verdeckt und ausschließlich mit militärischen Zielsetzungen. In den Weisungen der sowjetischen Militäradministration war ausdrücklich von der Schaffung einer militärisch bewaffneten Macht die Rede. Die internen Ausbildungsinhalte zielten auch nicht etwa auf Polizei-, Ordnungs- oder Grenzschutzaufgaben ab. Vielmehr ging es um militärische Schulungen, etwa mit dem Ausbildungsziel die Polizeibereitschaft im Angriff. Vorrangig sollten kriegserfahrenes Personal rekrutiert werden. Die als Volkspolizeibereitschaften bezeichneten Kampfverbände teilten sich von Beginn an in die Truppengattungen Infanterie, Artillerie und Panzertruppe auf. Auch wurden sie von der Zivilbevölkerung abgeschottet und durchgängig kaserniert untergebracht. Später sollten dann noch die beiden Teilstreitkräfte der Volkspolizei See und der Volkspolizei Luft unter dem Decknamen Aeroclub entstehen. Ab 1949, offiziell als Polizeitruppe im Innenministerium der DDR angesiegelt, unterstand die sogenannte Hauptverwaltung für Ausbildung, kurz HVA, faktisch der sowjetischen Militäradministration. Sie agierte somit keineswegs in Strukturen souveräner Staatlichkeit. Die Kontrolle, Steuerung und alle militärischen Entscheidungen oblagen ausschließlich der sowjetischen Regierung. Wegen des Misstrauens der Sowjetmacht gegenüber den Deutschen gab es auch keinen deutschen Generalstab und keine Wehrverfassung. Ausgesuchtes Personal, meist ehemaliger Spanienkämpfer und verdiente Kommunisten durften militärische Führerlehrgänge in der Sowjetunion besuchen. Strenge Geheimhaltung stand dabei an erster Stelle. Die Betroffenen durften ihre Angehörigen nicht über ihren Aufenthalt in der UdSSR informieren. Auch sollten sie unterwegs Fragen der neugierigen sowjetischen Zivilbevölkerung nach dem Ziel der Reise der Deutschen mit dem Hinweis beantworten, sie seien Monteure mit dem Auftrag, eine Brücke an der Wolga zu bauen. Die HVA diente insgesamt in erster Linie sowjetischen Sicherheitsinteressen. Der Schutz des ostdeutschen Vaterlandes stand dabei lediglich an zweiter Stelle. Dies sollte sich auch nach der Gründung der DDR im Jahr 1949 nicht ändern. Innerer Zustand der kasernierten Volkspolizei Im Juli 1952 ordnete die SED-Regierung auf Weisung Moskaus die Umbenennung der HVA in kasernierte Volkspolizei an, kurz KVP. Um den Dienst in dieser neuen Truppe attraktiv zu gestalten, erhielten deren Angehörige einen deutlich höheren Sollt als vergleichbare Beamte der Schutzpolizei. So verdiente ein KVP-Angehöriger im Schnitt das Mehrfache eines zivilen Facharbeiters. Dieser finanzielle Anreiz sollte unter anderem die erheblichen Einschränkungen der persönlichen Freiheit und Lebensgestaltung ausgleichen. Die Einführung einer Wehrpflicht stand nicht zur Debatte, solange die Interzonen-Grenze zwischen der DDR und der Bundesrepublik im Nadelöhr Berlin offen war. Ein erzwungener Dienst an der Waffe hätte möglicherweise zu einer verstärkten Abwanderung ins freie Westdeutschland führen können. Die starke Abschottung der Truppe von der Zivilgesellschaft der DDR an abgelegenen ländlichen Standorten, die durchgängige Kasernierung und häufige Versetzung trugen zudem nicht gerade zur Steigerung der Attraktivität des Dienstes in der KVP bei. Verheiratete Soldaten fanden oft keine Wohnunterkünfte für ihre Familien. Um die geplante Personalstärke zu erreichen, ordnete die ostdeutsche Verwaltung des Inneren daher auch zwangsweise Versetzungen aus anderen Bereichen gegen den Willen der Betroffenen an. Die innere Struktur der Truppe richtete sich streng nach sowjetischen Vorgaben aus. Klassische deutsche Führungsgrundsätze wie die Auftragstaktik oder professionelle Stabsarbeit, die sich in zwei Weltkriegen bewerbt hatten, wurden durch patriarchalische Führungsprinzipien der Roten Armee ersetzt. Eigenständiges, verantwortungsvolles Handeln der militärischen Führer aller Ebenen und das Ergreifen von Initiativen auf dem Gefechtsfeld existierten in der KVP nicht. Aus Misstrauen Duld Moskau nur wenige fachlich gut ausgebildete Spezialisten der ehemaligen deutschen Wehrmacht. Vielmehr wurde ein neuer Offiziertypus geschaffen, der möglichst der Arbeiterklasse und der Bauernschaft entstammen sollte. Häufig fehlten den Angehörigen des neuen Führerkorps eine grundlegende Bildung und die Grundbefähigung zu militärischen Führungsaufgaben. Auch das Dogma, ideologische Gesinnung und politische Linientreue vor fachliche Befähigung zu stellen, machte sich in der Einsatzbereitschaft negativ bemerkbar. Der innere Zustand der Truppe war von einem rüden Umgangsturn, verantwortungsscheue und nicht selten von einem Führungsstil geprägt, der sich durch Drohungen, Schikanen und Beleidigungen auszeichnete, statt auf ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen Vorgesetzten und Untergebenen zu setzen. Der desolate innere Zustand der kasernierten Polizei spiegelte sich auch in der Öffentlichkeit wider. Die Stationierung von KVP-Verbänden zog immer wieder heftige Auseinandersetzungen mit der ansässigen Zivilbevölkerung nach sich. Prügeleien, Schießereien, Vandalismus, Diebstahl und Plünderungen sowie mutwillige Beschädigungen von Eigentum der örtlichen Bevölkerung waren keine Seltenheit. Mitunter kristallisierten sich häufig Offiziere und Führungspersonal der KVP als Rädelsführer heraus. Die hohe Besoldung der KVP-Angehörigen und deren häufige Trennung von Familien, Ehe und Lebenspartnerinnen zogen in den jeweiligen Stationierungsstandorten mitunter ein reges Prostitutionsgewerbe an. Dieses äußerst negative Erscheinungsbild der bewaffneten Organe in der Öffentlichkeit tut wenig zur Stützung des SED-Regimes und der Identifikation der Bevölkerung mit den eigenen Streitkräften bei. Militär und Wirtschaft in der frühen DDR. Die zwangsweise eingeführte Planwirtschaft in der DDR sowie die Enteignungen und Verstaatlichungen industrieller und landwirtschaftlicher Betriebe hemmten von Beginn an das ostdeutsche Wirtschaftswachstum. Anders als Westdeutschland hatte die DDR überdies hohe Reparationen an die UdSSR abzuführen. Der eilig vorangetriebene Streitkräfteaufbau belastete die Wirtschaft der jungen Sozialistischen Republik. Die ökonomischen Überlastungen suchte das SED-Regime entsprechend mit kaum erfüllbaren Normerhöhungen für die Arbeiterschaft auszugleichen, ein Umstand der letzten Endes in den Volksaufstand von 1953 mündete. Ferner erhielten die bewaffneten Kräfte der DDR bei der Zuteilung von Kraftfahrzeugen und technischem Gerät nahezu in jeder Hinsicht Vorrang vor Industrie, Landwirtschaft und Dienstleistungsgewerbe. Die Diskrepanz zwischen dem anvisierten Streitkräfteaufbau und dem Leistungsvermögen der DDR-Wirtschaft lässt sich exemplarisch an einem treffenden Beispiel beleuchten. So klagte ein ländlicher Behördenvertreter über das Fehlen junger Männer in der Landwirtschaft infolge der Anwendung von Seiten der KVP. Wir benötigen die jungen Männer dringender bei der Kartoffelernte, denn wenn wir im Winter nichts zu essen haben, brauchen wir auch keine Volkspolizei. Politische Zuverlässigkeit und militärische Einsatzbereitschaft der kasernierten Volkspolizei während des Volksaufstands in der DDR 1953. Die Ereignisse des Volksaufstands der DDR im Jahr 1953 werfen ein bezeichnendes Licht auf die militärische Einsatzbereitschaft und die politische Regimetreue der KVP. Insgesamt erwies sich die Masse der kasernierten Truppen in der Tat als willfähiges und zuverlässiges Instrument in der Hand ihrer Ostberliner Machthaber und ihrer sowjetischen Berater. Hier hatte sich die ideologische Schulung, Indoktrination sowie Abschottung und Entfremdung von der Zivilbevölkerung offensichtlich bewährt. Neben der ideologischen Komponente schien insbesondere auch die gute Besoldung der KVP einen Anreiz zu bieten, das SED-Regime zu stützen. In Anbetracht der teilweise vorliegenden Unkenntnis über die soziale Lage und die Versorgungsnöte der zivilen Arbeiterschaft glaubten nicht wenige KVP-Angehörige zunächst, dass die Massenunruhen tatsächlich vom Westen gesteuert und angestachelt worden wären. Zwar gab es auch Fälle, in denen sich sowohl Mannschaftssoldaten als auch Führungspersonal weigerten, von der Waffe Gebrauch zu machen, sobald sie erkannten, dass der Einsatz sich gegen die eigene Bevölkerung richtete. Der überwiegende Kern erwies sich jedoch als regimetreues Instrument und war bereit, die Staatsmacht mit gewaltsamen Mitteln zu schützen. Hier schien sich der innere Mechanismus der wechselseitigen Überwachung und des strikten Vorgehens gegen ideologisch unzuverlässige Angehörige bewährt zu haben. Auch konnte die KVP gerade deshalb zur Unterdrückung des Aufstandes eingesetzt werden, weil seine Angehörigen sich durch die Privilegien und Abschottung von der Gesellschaft entfremd hatten. In dieser Hinsicht konnten die bewaffneten Organe als funktionierende Systemschützte betrachtet werden. Anders sah die Lage hingegen bei der Einsatzbereitschaft und Einsatzfähigkeit aus. Abgesehen von materiellen und führungstechnischen Mängeln, Inkompetenz und Unzulänglichkeiten in der allgemeinmilitärischen Gefechtsausbildung, hatte die KVP bis dato auch niemals den Sondereinsatz bei inneren Unruhen und Volksaufständen geübt. Dementsprechend war die im Juni 1953 eingesetzte KVP-Einheiten überfordert und nicht imstande, den Volksaufstand niederzuwerfen oder einzudämmen. Der Primat der ideologischen Gesinnung vor fachlichen Fähigkeiten führt offen zu Tage, dass die KVP zwar ein linientreues, aber hinsichtlich ihrer militärisch-polizeilichen Einsatzbereitschaft zu diesem Zeitpunkt ein weitgehend ineffektives Instrumentarium war. Letzten Endes waren es die sowjetischen Besatzungstruppen, welche die Unruhen erfolgreich beendeten und das SED-Regime vor dem Sturz retteten. Im kommenden Jahr 2023 wird der 17. Juni 1953 sein 70-jähriges Jubiläum erhalten. Damit verbunden ist auch die Erinnerung an den Freiheitskampf der ostdeutschen Bevölkerung. Dieser Volksaufstand führte bei der Weltöffentlichkeit deutlich vor Augen, dass das SED-Regime bei den Bürgern und Bürgerinnen der DDR kaum Rückhalt besaß und auch keinen Legitimationsglauben genoss. Gleiches galt auch für die militärischen Organe des Regimes. Der Aufbau der kasernierten Volkspolizei in der sowjetisch besetzten Zone stellte einen ersten Versuch der ODSSR zu Beginn des Kalten Krieges dar, ihre Sicherheits- und Herrschaftsarchitektur in Mitteleuropa zu festigen. Diese getarnte ostdeutsche Armee sollte in erster Linie sowjetische Machtinteressen in Mitteleuropa zementieren. Überdurchschnittlicher Sold bei gleichzeitig niedrigem Bildungsgrad der Masse ihrer Soldaten sowie erhebliche Disziplinschwierigkeiten waren Kennzeichen dieser ersten deutschen Arbeiter- und Bauernarmee. Im Gegensatz zur kasernierten Volkspolizei, aus der 1955 die nationale Volksarmee der DDR hervorging, stellte die Bundesrepublik Deutschland erst 1955 neue Streitkräfte auf. Anders als bei der kasernierten Volkspolizei schufen die Verankerung der Soldaten der Bundeswehr in der Mitte der Gesellschaft sowie moderne, auf der Auftragstaktik aufbauende Führungsgrenzsätze in Verbindung mit hohen Bildungsanforderungen an Offiziere und Unteroffiziere ein solides Fundament, das auch heute noch die Streitkräfte trägt. Wie hoch das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger ist, bestätigen die jährlichen Meinungsumfragen des ZMSBW. Das seit Jahren hohe Vertrauen in die Bundeswehr ist seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine erneut gestiegen. Das war, angelesen das Buchjournal des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr zum Buch von Rüdiger Wenske und Thorsten Dietrich »Die getarnte Armee«. Text Stefan Maximilian Brenner, Sprecherin Esther Geiger